Cool, Wochenende! Was halb ich mir denn heute mal rein? Hm, Heroin? Nee, lieber nicht, dann häng ich mir das ganze Wochenende aus dem Bahnhofstuhl rum. LSD? Nee, auch nicht, dann denk ich wieder, ich kann fliegen und springen vom Dach. Kokain? Nee, geht ja gar nicht, ich hab ja gar keine Nase. Aber irgendwas fehlt. Das ist komisch. Hallo Bernie, sag mal Bernie, wo hast du nur die lustigen Zigaretten her? Hey, das ist mein letzter Joint, den hab ich mir fürs Wochenende aufgehoben. Hm, na, na, auf Wochenende, ist das komisch, ich mach's nicht weg. Jetzt raucht er meinen letzten Joint, hoffentlich kriegt er nicht so ein Fressfleisch. Sag mal Bernie, wir haben nicht zufällig noch was zu fressen im Haus, ich könnte ein ganzes Schwein verbrüchen. Na nur, wer kann das denn sein? Aufmachen, Polizei! Oh, auweia die wollen, ich muss die Trogen verschwinden, das was mach ich nur. Machen Sie die Tür auf. Ich hab's, hey, erst, du hast doch noch Hunger. Ja, wieso, hast du was süßes? Ja, Mund auf. Sofort aufmachen. Hier, LSD. Kokoiin? Und Heroin? Komm schon. Ja bitte? Entschuldigung. Können Sie die Musik bitte etwas leiser machen? Ja, das ist kein Problem. Erf, hey Erf, falscher Alarm. Erf, hallo, ach. Hey Erf, wenn du keine Drohung verdreckst, solltest du keine nehmen, klar?